Warte, kurz. Gib doch mehr nach vorne. Warte doch nicht erst, wenn der Zug weg ist. Also, wir werden jetzt den Pierre mit dieser Mülltonne hier einfach runterschieben, egal was passiert. Man kennt mich aus Reportage über dumme Kinder. Wieso? Wollen wir den Deckel zu machen? Nee, ich will was sehen. Jaaa! Kraft, hau auf, Alter. Da kommt jetzt ein Stück, Alter. Komm, komm. Komm, komm. Komm.